Die Antenne Salzburg Pickerljagd Ganz Salzburg pickt derzeit das gelbe Antenne Salzburger Pickerl und die Salzburger Promis, die gehen natürlich mit gutem Beispiel voran. So auch zum Beispiel Schauspieler und Kabarettist Fritz Ecker. Hier haben wir nicht lange überreden müssen, dass du es auf dein Kabarettier raufpickst, oder? Na ja, vorhin habe ich ja schon eins drauf. Ein Pickerl auf der Windschutzscheibe. Das ist das, mit dem ich dann auf der Autobahn fahren darf. Und vielleicht kann ich das vordere Pickerl, das ist ja nicht billig, das muss auch ein Promi zahlen, mit dem hinteren finanzieren. Ja, ist natürlich. Das ist super. Aber steht gerade, gell? Ja, ich weiß. Ist es gerade? Ja, wunderbar, oder? Ein bissl schräg der Fall sein, oder? Leicht schräge Angelegenheit. Die Antenne Salzburg Pickerljagd sichert euch euren Anteil an 25.000 Euro. 4,000 Euro.